Bonjour und herzlich willkommen zur 69. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Frankreich. Ich bin der Palzi. In der letzten Folge haben wir das Milliardär-Achievement geschafft, auch wenn wir jetzt wieder knapp runtergerutscht sind, aber das heißt ein weiteres Achievement abgehakt. Gut, ist nicht mehr so viel offen jetzt. Neue Session für mich, nochmal kurz gucken. Das geht nicht, weil wir nicht Autokratie mehr werden können. Das wird nicht passieren, das auf jeden Fall noch. Das kann, glaube ich, nicht passieren. Wenn es passiert, ist das eher ein Bug, weil wir mehr als 20 Alphabetisierungen hatten. Das weiß ich nicht, ob wir es hinkriegen und Mondfelder müssen wir gucken. Ja, dann ist mir eben gerade aufgefallen, also ich habe schon umgestellt in den Waffenfabriken, weil die Handfeuerwaffen zu billig waren. Viel, viel, viel zu billig. Das heißt, in den Waffenfabriken wird jetzt überall auf Hinterlader gestellt und im Markt sieht man auch ganz gut, dass Funkempfänger sehr teuer sind. Und es scheinen halt auch Radios zu sein, wenn ich das richtig deute. Ja, Popverbrauch in 941, während wir bei Telefonen relativ gut dastehen. Von daher gucken wir mal, wo wir unsere großen Elektrofabriken haben. Hier zum Beispiel, die 30er. Und ich glaube, lasst uns alle einfach alle um. Ach, jetzt stehen sie schon alle um. Dann müsste er es eigentlich auch hinhauen. Kurz laufen lassen. Jetzt sind Telefone etwas zu teuer, aber... Ja, so ein Radio kann sich jetzt dafür jeder leisten. Das ist okay. Gegebenenfalls bauen wir noch ein bisschen nach. Ähm, jetzt habe ich angefangen ohne... Naja, gut, fangen wir mal mit einem kleinen Check an. Eisenbahnen, da geht es nämlich schon los. Regierungsverwaltungen, sind die noch drin? Du mal nach oben. Und du auch? Wir fangen mit Regierungsverwaltungen an. Die fehlen ja am stärksten gerade. Ähm, ne, nicht am stärksten. Die, also Tele... Ja, fehlt, aber... Infrastruktur wäre danach definitiv nochmal wichtiger. Mhm. Das sind jetzt sieben, die wir eingereiht haben. Neun, zehn, elf, zwölf, einfach mal. Und dann gucken, aber... Jetzt auf jeden Fall dann die Eisenbahnen vorweg noch. Gut, dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen was. Und, äh... Ansonsten mache ich den Markt gerade ohne euch, ne? Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt mal wieder 30 Seiten produziert jetzt erstmal. Es gibt an einigen Stellen wirklich Engpässe. Blei zum Beispiel da gerade. Ähm, denn Blei... Äh... Das sind die letzten Minen, die ich rausgezogen habe. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir Blei herkriegen. Entweder halt über Handel oder... Dann doch über Eroberung. Ja, Ziele jetzt für die Session... Eigentlich habe ich keine. Na, ich möchte... Ja, die letzten 15 Jahre noch runterspielen. Weiß... Werd ich in dieser Session nicht schaffen. Dafür ist es schon ein bisschen spät. Werd da morgen am Sonntag nochmal ran müssen. Hm... Ansonsten, joa... Locker laufen lassen, würde ich sagen. Unsere Verrufenheit war ja eh recht hoch, ne? Ja, 87 geht eigentlich sogar schon fast wieder. Zweiten Anlauf für den Fond. Haben wir hierzu gute Beziehungen oder was? Die sind feindselig. Der Start kostet 17, alter. Ja, aber dann fangen wir mal an, hier die Beziehungen zu beschädigen. Proaktiv. Die zwei sowieso. Abmarsch. Befehlzauber können wir einklappen. Dafür die... Interessengruppen wieder raus. Ja, wie gesagt, gemütlich runterspielen jetzt. Bloß keinen Stress machen. Wenn die Achievements noch klappen, dann klappen sie. Ach, Grippepandemie haben wir ja auch noch, sehe ich eben gerade. Sozialhilfe verringert. Da haben wir dann wieder ein bisschen Platz. Da macht es klack. Die Grippe breitet sich aus. Was ist gerade da? Wie lange müssen wir denn da hinterher rennen eigentlich? Halt, Mondfelder bis zum Horizont. Das hätten wir dann wohl auch abgehakt. Ja. Schön. Das ist schön. Aber was ich ja gerade gucken wollte, war hier... Gesundheitssystem ist bald da. Und da müssen natürlich die Regierungsverwaltungen erstmal kommen. Aber gerade kommen Eisenbahnen. Auch die Regierungsverwaltungen dürften auch kommen. Wir haben so viel Bau inzwischen. Also selbst die 31 Seiten reichen ja gut. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt drin. Und da ist eine komplette Seite jetzt schon weg. Na gut, das wird die Angefangene gewesen sein. Aber es geht jetzt rasend schnell. Da ist das Gesundheitssystem da. Da können wir im Moment auch nicht weiter erhöhen. Da breitet sich die Grippe aus. Diesmal ist sie zurück nach Frankreich. Oder war sie da überhaupt schon? Ja, hat ja nach Pikadi angefangen. Strenge Ausgangssperren, Leute. Wir wollen keine Ausbreitung. Wie viele Staaten haben wir im Moment? Sieben. Da kommen die Eisenbahnen. Aber die Regierungsverwaltungen sind ja auch schon dran. Mondfelder bis zum Horizont. Frankreich. Größter Opiumproduzent der Welt. Würde ich tippen. Sieht man das irgendwie? Nummer 1 Produzent. Ja. War zu erwarten irgendwie. Nachdem hier in den Staaten irgendwie nichts anderes mehr als Mohn angebaut wird. BIP sind wir bei 16,8. Weiß ich nicht, ob wir das noch auf 20 kriegen. Alphabetisierung. Na, geht langsam nach oben. Wofür braucht man für die Investitionsstufe? Zweieinhalb ungefähr. Ach nee, die können wir überhaupt nicht. Sehe ich gerade. Was fehlt denn uns da? Angeblich gar nichts. Wir brauchen nur zweieinhalbtausend Bürokratie. Ne, müssen wir mal gucken. Kann aber auch sein, dass irgendeine Tech noch fehlt. Da ist die Massenpropaganda. Das einzige Tag-Achievement, was wir noch brauchen, ist alle Tags abschließen, aber es wird nicht klappen. Denn hier sind es noch... Das kommt von alleine. Das kommt von alleine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das kommt von alleine. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Siebzehn mal eins, äh, 2,5 dauert ja, äh... Oh, das dauert sogar 33 Monate. Also siebzehn, ähm, mal... Na, rechnen wir euch mit 2,5 sind dann aber mehr. Das sind halt, äh, schon... ...zweiundfünfzig Jahre. Und das geht einfach nicht. Das geht nicht durch. Ne, jetzt ist 52. Einundvierzig einhalb. Da war ich ein Zehner zu viel. Mh. Ah, hier haben wir Antibiotika für nächste Gesundheitssystemstufe. Oh, wir fangen hier noch ein bisschen an. Chemische Kriegsführung. Flugzeugträger. Aber das war nicht notwendig für Achievements, glaube ich, ne? Wir sind ja nicht Finnland. Als Finnland muss man ja irgendwie Panzer... ...Panzer produzieren. Apropos Panzer produzieren. Da war doch noch was. Oder hatten wir jetzt schon umgestellt? Ah, wir sind schon auf, äh... Ach, wie heißt das? Truppinfanterie. Gut. Also, welche Tech machen wir? Sturmtruppen für Fernspäer. Fernspäer, Flammenwerfer oder Chemiewaffen. Gucken wir uns mal an, was uns am meisten bringt. Fernspäer... ...Fünfzehn Offensive, 25 eroberte Provinzen. Das hier sieht ja ganz nett aus. Moralschaden, Tötungsschade, aber auch Verwüstung. Oh, und hier ist ja richtig viel Verwüstung. Aber plus 50 Offensive. Nicht weitererzählen. Frankreich geht auf Chemiewaffen. Und was ich auch noch mal kontrollieren wollte, hatten wir überall Kasernen? Ah, hier nicht. Dann bauen wir hier mal ein paar... ...Leute noch. Das und dann... Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Provinzen. Sind es da? Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Provinzen. Ich reiche aber einfach hinten an. Gehe jetzt hier im Kern in Frankreich überall auf 25. Eau de France hat natürlich schon 30, aber auch das ist okay. Da haben wir auch überall 25. Da haben wir noch ein paar Truppen eingereiht. Wie sieht denn das bei den Marinebasen aus? Ihr habt einen 100er. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Küstenprovinzen. Da auch 1, 2, 3, 4 Küstenprovinzen. 1, 2, 3, 4, 4... Ja gut, und hier sind wir ja eh schon dabei, ne? Oh, im Pegu haben wir hier keine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, da sind 10 erstmal okay, aber ich würde gerne auch... Wo war das? Hier im Niger. Eine kleine Flotte zumindest haben. Und auch in Nordafrika. Waren das jetzt überhaupt jeweils 5? Ich glaube nicht. Ich glaube immer nur... Besser nachgucken. Ich glaube ich habe... Ja, immer nur 5 gebaut. Okay. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Und das Ganze hier im Niger nochmal. So, und dann war da... Die französische Grippe breitet sich aus. Meine Herren. Was soll man denn dagegen tun? Ich meine, wir haben ein relativ hohes Gesundheitssystem. Mit 4. Na gut, vielleicht reduzieren wir dadurch die Sterblichkeit, die gestiegenen, ein klein wenig. Aber das finde ich trotzdem ziemlich hart gerade. Hm. Ägypten. Was können wir denn mit dir noch anstellen? Dominionzwang. 72. Ja. Mwam, mwam, mwam. Lecker. Zu was gehört das denn? Das ist ein eigenständiger Staat. Wir haben 80 nur noch. Würde gehen. Aber nur um den Schriftzug hier zu verbessern. Ja, wofür sonst, ne? Wir brauchen Öl. Öl. Wir brauchen Öl. Wo gibt's Öl? Mal kurz hier reingucken. Öl war hier. Da. Überall Öl. Persien natürlich. Hier. Hier wäre noch eine hübsche Ecke. Jemen. Merina Königreich. Was kostet die Annektierung denn? 8,7. 8,7. Und damit sie klar wissen, was Sache ist, gleich erstmal hier. Offensivplaner. Wir hatten doch irgendeinen mit Artillerie auch, oder? Ja, den mobilisieren wir. Ja, den mobilisieren wir. Foch ist, glaube ich, schon ziemlich alt. Der ist 70. Der ist 63. Dann mobilisieren wir die zwei. 200 Truppen sollte ja wohl ausreichend sein, um das Merina-Königreich davon zu überzeugen, zu uns gehören zu wollen. Österreich, Ungarn und die Amerikaner. Okay. Portugal. Was kann man denn noch Schönes gegen Portugal hinzufügen? Ich will nichts erobern. Denn wenn Merina-Königreich einknickt, dann ist das wieder Verrufenheit, ohne dass wir davon was hätten. Hier, Anspruch auf Sambesi widerrufen. Das ist doch hübsch. Bombay. Bombay ist mir wurscht. Oder wir können Vertragshafen-Forderung haben. Amdienischen Vertragshafen hier irgendwie... Dass wir den bekommen. Macau. Das würde ich tatsächlich noch nehmen. Ne, hier ist das nicht. Gehört zu welcher Region? Guangdong. Sehe ich nicht, muss ich sagen. Macau. Ist Teilstaat von Guangdong. Hier ist es nicht dabei. Wieder Macau, noch Guangdong. Hier hingegen... Da haben wir ja Portugiesisch Bombay. Da könnten wir einen Vertragshafen fordern. Da ist auch der Staat eroberbar, ne? Ja. Hiyan und Yui. Das sieht mir irgendwie so nach Korea aus. Hiyan und Yui. Habe ich es falsch geschrieben? Ich glaube, nicht beide falsch geschrieben haben. Achso, die existieren natürlich nicht. Das ist richtig. UA befreien. Ja, aber... Keine Ahnung, ob das... Wenn ich halt hier raufgehe, leuchtet immer... ...komplett Portugal. Wo hat Portugal denn? Gucken wir uns doch Portugal mal direkt an. Also, da habe ich echt keine Ahnung, wo das sein soll. Dominionzwang geht nicht. Das ist halt einfach viel zu teuer. Also, ich zahle jetzt keine 95. Ich will nicht wilde Sau spielen jetzt hier in den letzten beiden Sessions. Halten die nicht ein Stück vom Kongo? Bass Kongo. Halten die ein Stück von Ostangola? Ostangola. Der Ostangola ist ja nur ein Teilstaat. Nee. Das sind die Briten, die das halten. Was haben wir denn hier? Südangola. Den Rest halten die Briten. Und das da ist ein eigener Staat. Das ist ein eigener Staat, Nordangola. Sambesi ist nur Teilstaat, ne? Ja. Gambia halten sie ein Teil von. Wir aber auch, ne? Ja, aber will man das wirklich machen? Will man Staatenforderungen machen, wenn nicht sicher ist, dass Merina Königreich nicht einknickt? Ich sage, nee. Da habe ich mich schon wieder vergaloppiert, überschlagen, nennt es wie ihr wollt. Bombay ist mir da egal. Und dann sind wir mit unseren Forderungen auf jeden Fall durch. Und lassen den Krieg auf uns zurutschen, hier. Achso, wir müssen ja ein paar Minuten ein bisschen mehr Militär jetzt aktivieren, wa? Der im Kongo ist doch eh schon aktiv, ne? Ja. Sambesi gehört zu was? Ich meine zu Südafrika, genau. Hier, Senegal. Komm her, mein Junge. Mit Kanonen auf Spatzen hier. Joescher Aufstand, wo ist der denn? Das würde ich mir ja tatsächlich mal angucken. Das ist Jue. Das heißt, wenn wir Jue, also Macau, befreien würden... Können wir uns das selber holen? Aber nee. Aber so ein Vertragshafen in Qing wäre auch noch eine Option für... Weil sie will, was Kriegerisches machen. Wieder mal eine Revolution in Nordindien. Was haben wir denn da überhaupt? Das hier ist Bahrain. Bahrain geht's fein. Und wir bleiben neutral. Und ja, Qualior gegen die Briten. Ach, unser ist da. Na, möchte noch jemand. Massenüberwachung freigeschaltet. Russland bleibt auch noch in Richtung... Ach, ja. In Richtung Merina, um den Satz zu vollenden. So, das war's aber. Es ist keiner weiter eingestiegen. Die Fronten sind besetzt. Und dann müssen wir noch Marineinvasionen machen. In Merina, zwei und vielleicht noch eins in Portugal. Denn wir wollen ja gegen Portugal noch den Anspruch, das Widerrufen des Anspruchs da durchsetzen. Lassen wir es doch mal zum Ausbruch des Krieges kommen, um eben jenen dann in der nächsten Folge zu behandeln. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und wünsche mir natürlich, dass ihr daran denkt, gegebenenfalls Like und Abo da zu lassen. Macht's gut. Euer Palzi.